Schneller Los jetzt Wir kriegen ihn Ah nein Bäm In die Fresse hin, nochmal und Bäm So, schmeiß ihn auf die Schienen Ja, okay Was, ne Attrappe? Scheiße Oh oh Nein Die Bombe ist explodiert Und wir konnten sie nicht aufhalten Das ist natürlich Sehr schlecht Okay Ich mache eine kleine Aufnahmepause Und wir sehen uns dann Gleich wieder Also bis dahin Tschüss So, liebe Freunde Weiter geht's In einer neuen Aufnahmesession Diesmal starten wir mit der Mission Donnerlauf In der wir mit Panzer über das Feld rollen Ich habe inzwischen auch ein neues Mikro Vor 10 Stunden Das hoffentlich Besser ist Als das alte Das war die Euronext-Börse Wie fühlt sich das an? Glauben Sie etwa Ich wollte das? Ihr Regierungsspitze seid echt noch kranker Als euch nachgesagt wird Ich will verhindern Dass das gleich in New York passiert Wer glauben Sie hat das getan, Sergeant? Die PLR Und Solomon Der Exkurs Entschuld Zu einer russischen Kofferbombe Wir haben Dima Zur gleichen Zeit Im Land aufgegriffen Wissen Sie, wonach das aussieht? Dima wollte es verhindern Diese Bombe In Paris Muss eine der fehlenden gewesen sein Genau Dima ist gar nicht schuld, Mann Der ist mein Freund Denken Sie doch mal zurück An die Bank Sie sagten Die Pariser Bombe Hätte was mit der Bank zu tun Nicht Dima Unmöglich Ich warte Das kann nicht sein Wir hatten einen Notruf abgesetzt Anvil 3 Teil der Charlie-Kompanie Erste Panzer Sie kamen, um uns zu holen Miller kam, um uns zu holen Ja, Miller Und wer das ist Erfahren wir Gleich Oder Jetzt Oder Nach dem Ladebildschirm Ich finde den Dino voll cool So Wir sind hier Im Irak Immer noch Und Fahren Panzer Yay Panzer Und wir sehen da hinten eine riesige Wolke Und Wie der andere Panther Und wir sind im First Marine Tank Battalion Ich kann doch gar nicht fahren Ich bin doch hier nur Ich sitze hier drum und gucke Wo Achso, ja, die Heli Feindlich Panzer, wo? Ja, würd ich gern Dein Chi Ah, okay Ah, jetzt Jetzt übernehmen wir Kontrolle Über den Panzer Yay Du hast Feinde, wo? Ne, noch keinen La, la, la Panzerfahren ist schön Oh, Raketen Und das ist schlecht Wow Okay Da sind Feinde So, mal versuchen Ob ich die treffe Aber ich Treffe mich voll Scheiße Aber ich treffe die nicht Doch, jetzt Ein Oh, Alter Das ist Oh Alter, das geht gar nicht Wie krass So, der war weg So, der nächste Okay Wie man gesehen hat Kann ich nicht Panzer fahren Und auch nicht mit ihnen schießen Denn ich bin Gestorben Das war Nicht beabsichtigt Okay Wir versuchen es einfach nochmal Das kann doch nicht so schwer sein Wir fahren Vollgas So, jetzt müsste gleich wieder der Schuss ankommen Ja, da war Ach, es sind mal mehrere Okay So, jetzt versuche ich es mal Ein bisschen Mehr Aha Ja Nein Nein Alter, das kann doch nicht sein Ah, einen getroffen Yeah So, der Nein Daneben Kacke Den hab ich getroffen Okay Ah Ah So Ah, Alter Nein, nicht schon wieder Das kann doch nicht sein Ich versuche es mal rückwärts So, jetzt haben wir wenigstens Ein bisschen regeneriert Ah, Alter Jetzt komm Und Ah Boah Okay, wie man sieht Ich kann nicht Panzer fahren Oh Was, noch mehr? Ja, die sind hinter Nebel Aber ich kann sie nicht sehen Thermalsicht einschalten Ja, wie denn? Nee Ah, wie ging das? Ah, C Okay, danke Autsch So, mal gucken Fauen wir mal hierhin Und schießen da drauf Und haben verkackt Und jetzt das muss nochmal Diesmal haben wir getroffen Danke Ähm, den nächsten haben wir auch Puh Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist Ah, wir spielen hier auch auf schwer Also Okay, so Weiter geht's Oh, eine Explosion Schon wieder Ich hoffe, es sind nicht nur mehr Feinden hier Aber wahrscheinlich schon So So Ja, aufpassen Der explodiert Ja, das sieht schlecht aus für uns, ne? Okay, also warten wir jetzt noch weitere Befehle Alle Anvil-Einheiten Hier ist Super 1-1 Kalten jetzt über euch und stellen Drohnen Übertragung durch Hier auf Mörfübertragung Mörfübertragung Okay So Jetzt haben wir Kontrolle über eine Drohne Cool Anvil 3-1, die Raketenbatterie ist euer Primärziel Okay Da sind die Gegner alle Was für ein beschissener Bienenstock Ja Okay, Miller Markier das Ziel Welches Ziel? Das hier war Yay So, jetzt macht's Boom Und Haben wir getroffen Okay Minimale Schäden, okay Neuangriff, das heißt Ich muss uns normal probieren Oh, okay Wer macht einen guten Job hier? Vollgas 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 Schub Und da sind Raketen Und da hinten ist die feindliche Basis, die wir jetzt überrollen werden Mal gucken, ob ich treffe, nein, das war zu hoch Autsch Wow Da kam die Luftunterstütze Yay Bäm Hat sie den Turm erwischt Und den da auch So Wo sind hier irgendwelche Typen? Wo sind hier irgendwelche Typen? Wo sind die Typen? Wo sind die Typen? Da hinten? Bäm Nein, nicht getroffen Na Wo seid ihr alle? Da Da Noch mehr Autsch Da hinten Aua, das ist ja ein Panzer So Dankeschön So Wo sind hier noch welche? Okay Noch mehr Leute Nicht abhauen Nein Ich krieg dich nicht Okay Mach mal die Raketenbatterien kaputt Und du Feuerwehr Alles explodiert Alles explodiert So Und damit haben wir schnell mal hier so eine feindliche Basis aufgemischt und ziehen gleich weiter Das sind unsere Leute hier Und fahren weiter Da sind meine Da ist ein Heli Der war aber glaube ich von mir Wenn ich das richtig gesehen habe Ja Okay Oh, eine Staubwolke in der Wüste Wow Die meine wohl vielleicht die da Die Euer Ich bin